Cupcake Challenge, alle sind an auf 5, heißt Toy Freddy, Freddy, Bonnie, Chica müssen wir einfach nur die ganze Zeit die Maske aufziehen nach der KM Foxy die ganze Zeit in der Mitte flashen, Balloon Boy nach links gucken, Chica nach links gucken Ja, Golden Freddy habe ich vergessen, ja auch mit der Maske Und dann Toy Chica nach, äh, nee, dann Toy Bonnie nach rechts gucken Und Mangle hören wir ja, das ist ja nicht so wichtig, ich tue keine Sorge Oh Gott, oh Gott Das ist immer so ein Glücksspiel Wenn, äh, ja, entweder du hast Pech und die sind schneller als du Oder du hast Glück und du schaffst es noch, ja Ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert Das glaube ich nicht What the fuck, nein, ich hab verkackt, supergeil Keine Ahnung, frag mich bitte nicht, okay, ich weiß es nicht Ich weiß es nicht, ich hab die ganze Zeit so gemacht, aber Wir machen weiter Mit, mit Sumi möchte mit dir, ähm, Minecraft spielen Mein Blut ist 3,35% Alkohol, danke, Milchschnitten Alter, mein Blut ist Alkohol, Punkt Wenn ihr wollt, kann ich euch gleich nach dem Stream oder irgendwann später, weiß ich nicht Privat auf Discord schreiben, wie viel Alkohol, wie viel Milchschnitten ich konsumiere Dann, dann würdet ihr staunen, das kann ich euch versprechen, dann werdet ihr staunen Wenn ihr sagen, oh shit, nigger 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 Ich hab mir das Englott gesagt, ich bin das gewohnt wegen den Leuten von denen Dann, dass immer Alter, warum bin ich so, so lahmarschig mit dieser, mit der, mit, mit der Maske Als ob ich nur nicht tot bin Headz up Maus Okay Cool, danke Maus Ich bin tot, oder? Nein, mich nicht Aber das war gerade sehr seltsam Ich hab gewartet, erwartet, dass Skull und Freddy mich einfach jumpscared Aber ist wahrscheinlich nur im ersten Teil so So, Toy Freddy will, war Stress Aber noch nicht jetzt, okay Hey, Bonnie Ich bin auch immer aktiv im Chat, weil ich nebenbei Rollplays mache Ah ja, okay Na dann Alles klar Okay, nice Äh, jup, deshalb heißt es nicht Kinderwünschnitte Ja, das hat mir schon ganz erzählt Das hat mir schon alles erzählt Das weiß ich alles Ist jemand links? Nicht? Nicht? Was? Niemand? Was? Chica? Ich hab failure erwartet Okay, cool Also jetzt mal ehrlich, soll ich mitbeleuchtung machen oder? Ich glaube mit, oder? Bonny, na wie geht's süßer? Oh, Manns Bonny klären, Leute Ich hab auch nicht so ne süße, so ein süßer kleiner Frazi Wir machen uns doch nageln, oder? Hi Bonny Böser Bube Ich bin tot Wow So ruhig Erschreckt mich immer bei solchen fucking Dingern, die wir das runterziehen Ohne Sinn Seit wann sind wir auf 5 so aktiv? Also, ja gut Hm Aber alle zusammen auf 5, das ist echt brutal Leute, ich darf das alles noch auf 10 machen und auf 20 Das wird ein heilig Spaß, ey Ich sag's euch du Das wird ein Spaß Hey Bonbon Go get him No, the body who cannot gonna get him Me Völlig lässig Zeit Oh, der ist grad abgehauen Ja, der lässt sich kurz Neue Windeln holen Okay, mach das Ah, da ist er wieder Ja, da ist er Ready Ready for Freddy Ich hab ihn gewohnt Spaß zu sagen Obwohl ich mir geschworen hab, das nie wieder zu sagen Wow 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 Das war der Reflex aus Angst Toi Freddy, bitte lass mir Ehrenmann, wallah Wallah Was für ein Ehrenmann Lass mal ein Like da Leute Ist das eigentlich wie Huren so oder Behindertes irgendwas Sowas wird man niemals von mir hören Okay Okay Ich bin tot Fuck Leute, ich bin back in the game Leute, ich bin back in the game 4 Uhr morgens, alter Bitches Ich schäff das Yeezy 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 Immerhin beeilt sich, beeilt sich, äh, Toyborn jetzt Wow, das war etwas spät, aber es sollte noch reichen Wehe wenn nicht Ja, ich wollte gerade sagen, wehe wenn nicht Es muss einen gleich haben Hi Ehrenmann werde ich auch nie sagen Niemals Sie sagt das nur sarkastischer Also ich sag das nur, weil ich mich darüber lustig mache Und es ist halt so sarkastisch Also ich werde das niemals ernst meinen, so Ich werde das nur sagen, weil, äh, sarkastisch halt sagen, weil ich das lustig finde und dumm ist Oh Gott, die sind jaaaa Ffff Ffff Ja Ja Bonnie ist gleichzeitig gekommen mit Chica 5 Uhr morgens Oh mein fuck Oh mein Jesus 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 Christ Oh mein fucking Christ Bitch Sagt jemand von euch Brüder Von euch Brüder Nur Brüder Einfach nur Brüder Einfach nur Brüder Einfach nur Brüder sagen Ja, das ist, das ist ein ganz normales Ja, das ist ein ganz normales Ja, das ist ein ganz normales Einfach nur Brüder dafür bekommen lass mich raten cupcake wir hatten ja noch keinen office normalerweise hat man immer einen aber vielleicht man den nur noch dieser challenge hier natürlich äußerst sind alle süß bin für die eigentlich am besten von denen die wir bisher haben